recht herzlich willkommen zur neuen folge torschleid und zwar die folge nummer vier zusammen mit dem knolle da ist er auch dabei mit seinem genau mit seinem professor heißt er glaube ich dein vogel ja mein piepvogel ach shit den halt das halsband nicht angelegt wir waren inventarmäßig unterwegs natürlich haben erstmal aufgeräumt und kann ich dem das noch anlegen jetzt habe ich wahrscheinlich schon weg und verkauft war ich war auch in der zwischenzeit als als hier noch was gemacht hat habe ich gar nicht nur noch schöne stiefel gefunden mann also gelohnt weil ich hatte ich hätte bisher mehr wollte ich habe meine heiltränke aufgestockt leider auch wollen gekauft piepvogel das ding verkauft das halsband ist weg sehr gut von wörtlich zu holen immer weiter mann ich weiß nicht wo wir lang müssen aber ich gehe mal hier lang weil das sieht gut aus ja mann diese karten hier ist ende ne da ist noch einer hätte ich auch gerne drauf gehauen ne ich hab so eine hohe reichweite shit ich krieg keinen du bist schneller ja aber wenn wir dann große kämpfe haben dann musst du halt alles denken oh hier ist noch einer wo ist noch einer scheiße ich bin weg komm die nächsten kriegst du die nächsten kriegst du da ist gleich der große boss ja du wolltest mal mal gegner haben tschüss und ich habe gerade angekommen ist einer oder der spricht mit uns wer seid ihr und was wünscht ihr bringmose er hat alle gelesen ich gehe jetzt weiter dahin in der Ecke ist er Tempel die Tempels der Berge ist da Stippe nicht Treppe okay Tempel ist der Punkt ja hier geht's auch nicht weiter müssen wir da lang oder was ja ich bin schon reingekommen sogar schon drinnen wow ja ich hab mitgedacht ich hab mitgedacht ja das sieht nicht auch so aus oh hier haben wir ein Wegportal das kannst du aktivieren unverteilte Attributspunkte habe ich noch 20 sehe ich gerade das hätten wir vielleicht auch noch machen sollen ach ja naja machen wir später dann ich mache ja gerade jetzt zum Fahrten ne das will ich nicht jetzt hat er das doch tatsächlich genommen ja ich bin wieder raus ich komme nochmal rein da waren 12 Gold die wollte ich nur haben wie man so ist halt und dann ist er da leider rausgegangen der Held du musst einfach nur rüber laufen glaube ich da kannst du einfach daneben klicken ja das habe ich ja eigentlich auch gemacht hier einfach so ein Punkt total glaube ich klicken ach ja das macht Sinn ne ja jetzt können wir in die Enklave zurück müssen wir aber nicht gut ne so lange ist noch nicht oh hier ist ein fettes Vieh oh da soll ich dann wieder mal ran ne ich muss das mit dir zusammen machen das ist nachher wieder rummecken ne das fette Vieh ist schon tot und der andere hat auch einen gekriegt und der auch ja auch okay das habe ich da gekriegt oh ich habe nix Halskette für mein Tier wahrscheinlich oder das Inventar wie noch auf ich kann das mal zu machen dann sieht man mehr obwohl doch sieht auch mit Inventar noch schick aus ne Fogode oder steht da Fogode oh da ist was drinne ja für dich vielleicht oh hau ab ey krieg's ein tschüss kommen wir alle zusammen erst hier in der Mitte willkommen scheiße die hören noch nicht auf dich Uhren überall Uhren oh da kam noch einer raus jo schon vorbei ah warte da Identifizierungsrolle da unten liegt auch noch irgendwas ein Wanderstab naja eigentlich brauchen wir die grauen Dinge gar nicht aufheben ne oder wie war das so um ganz viel wie komme ich denn da hin da lang ah magische Gegenstücke von der okay ich hab das ganze Geld schon mal genommen und jetzt leichte Bunthose sollte man sowas überhaupt noch aufheben ja klar kannst alles gut verkaufen und nachher ist man fürchterlich reich ne wie das immer so ist tschüss 30 Volt hier blickt so gelb weiß nicht das ist ein Glühwürmer okay würde ich zumindest mit mir behaupten okay ist hier ein Frosch im Wasser? nein wir sind hier nicht bei Don't Staff okay äh ja ich weiß nicht wo wir lang müssen anderer Seite gucken wir an ich guck erstmal links oh hier sind Zombies ach so schon Schädelsenker entdeckt wow ich weiß okay die sind alle tot oder ist das hier ein Gebiet oder was sieht so aus ne zum Teilgebiet wahrscheinlich ach so ja macht Sinn macht Sinn ne ich dachte ich hätte irgendwie die Fähigkeit oder was entdeckt links ist hier unten noch was verlasse Schädelsenker ne wollte ich eigentlich nicht ah hier waren wir irgendwie schon oder ich wollte gerade zeigen hier liegen schon Tote Tote bezwingt ja keine Ahnung hier ist keiner oh ich hab welche gefunden ja hier sind noch welche okay wir sind schon alle tot was ist das für ein Ding? du hast den Schädelsenker schon wieder ach das ist mein Ring glaube ich ich hab hier so einen coolen Ring und mich verletzt ich hab hier einprozentige Chance ich hab hier einprozentige Chance dass ich ein Schädel herbeirutsche und der hilft mir an meinem Kämpfen und ich hab hier einprozentige Chance gekriegt ach du bist bald da unten gegangen sag doch doch nein ist alles okay geht alles oh bist du schnell ich hab hier ich hab hier aber da kommst du wieder zurück ich wollte nur erstmal die alle so ein bisschen Geld aufsammeln da oben ist noch einer ich vergesse immer aus dem Feuer rauszugehen ich wundere mich immer was knallt da so was knallt da so und dann hier oben ist das hast du schon gesehen das ist ein verstecktes Angelloch okay ich muss erst das ganze Gold hier einsamen was du wahrscheinlich genutzt hast schon ne also ja da hab ich schon noch da sind noch ein paar hier jeder hat der eigenen boah ich trinke mal was Sturm Bio 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 und der ist gut der ist besser der macht was grünes nicht in der Stadt das ist ein anderes Spiel nicht hier nicht in der Stadt oh da war viel Geld drin und was grünes auch ein Reisestab scheiße die Bahn kommt oder was tsss okay da ist noch einer hat der sich hinterm Baum versteckt der kleine tschüss tschüss schon wieder Stufe gestiegen sowas hier ist ne Phasenbestie wo bist du? hier unten links rechts von dir unten rechts von dir ey das Viech das baselt mich tote Abenteurer der hat noch Heiltränke bei cool hier komm mal mit hier unten hier ist ein Phasenviech wo bist du? hier wir haben ein Phasenportal geh doch nicht rein geh doch nicht rein hey was bringt das? da kommen wir in eine andere Phasen ich glaube da ist irgendwas besonderes da läuft einer hinter dir her oder was ist denn mit dem? das ist mein ach ja ich wollte gerade sagen das ist mein Frettchen das fühlst du? ne der liegt wirklich zu dir hier sind noch ein paar Gegner hier sind noch ein paar Panzerfreuste ne nehmen wir auch noch mit ja schaffst du alleine oder? oh hier gehts irgendwo rein und böse fallen sind da pass auf deine Begleiter auf ja hier ist ein Frettchen das ist ganz gewandert tschüss 7 hier ist noch was blaues warte um sie erst nehmen hier oben ist auch irgendwie was oder? Schädelsenke betreten alles klar verstehe ich alles nicht so ganz aber ist alles gut hier sind Grabsteine da oben sind paar Skelettere oh 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 was los? aha ich hab auf den Grabstein gedrückt was ist? ich hab auf den Grabstein gedrückt hier sind jetzt ein paar Gegner gekommen oh ich hab nicht genug Manna das ist aber doof gut wenn wir so eins wieder ausleiten kommen immer mehr ist ja so doof ne was muss ich denn hier kaputt machen dass keiner mehr kommen ich glaub das ist einfach nur phasenweise ich spreche kommt bestimmt irgendwann ja jetzt kommt Blut zum Beispiel na jetzt kommt die Kohle da raus ist nur wer da oder? nein aber hier unten links da ist eine Quest ok ich muss erstmal aufsammeln ja da ist das Inventar wieder voll aber lass mal die Quest noch nicht annehmen obwohl die kann man annehmen schon ja gut aber wer lesen möchte kann lesen ich bin noch nicht so weit wo ist denn die? links unten du da ok sagt was haben wir denn hier? kannst du zur Karte auch raus rum der spricht oder? ne da nicht was haben wir denn hier? sagt der Gott könnte lesen nehmen wir an oder? ich hab so angenommen aber ich geh da nicht an ich geh jetzt erstmal zu diesen Phasenportal weg die Geister wie eben schon gemacht wir sind aber keine ist noch ein Portal ja wo ihr nehm? äh ich bin noch unten rechts gegangen da wo die ganzen Fallen waren hier oben ist schon noch was oder nicht? ne wohl nicht hier ist keiner mehr warst du schon hier vielleicht? ja da ist nur eine Steintür ne jetzt kommen sie alle wieder na 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 gut er zieht das ist doch was nicht genug mann okay nicht genug mann aber aber ich hab sie alle tot aber da lief irgendwie so ein Schatten weg das war ein Phasenbestier bestimmt auch okay die hält relativ viel aus wo bist du jetzt? da wo die Bären fallen waren ja der ist aber weggelaufen und ich konnte den nicht töten ist schon reingegangen? äh wo? über den Holzsteg gelaufen? bei der ne 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 andere Seite okay die Tür ist offen ja das ist für die Quest okay ja da oben bist du ist hier noch was? hier folgt mir ne da hab ich grad schon drauf gedrückt auf die Knopf okay wir folgen hier ist noch ne hier ist auch nichts mehr ne ne hier war ich schon da warst du schon da oben ist nur einer ach hier kommen wir noch raus komm mal tschüss weißt lass uns mal zu dem roten Portal geht der ne einschlag nicht tot komisch das ist ein Zombie der ist einfach schnell wo ist das Portal? aber verkalter hast du oben rechts keine Karte achja da Phasenportal oder was sagste genau und da kommen wir zurück oder was? da sollten wir nachher zurück kommen das ist unverteilte Attributpunkte reingehen oder was? ja bin ich schon gut ja schon wieder ne Stufe mehr oder was? das ist ja eine Fähigkeit wusste ich gar nicht okay dauert und dauert ja ich komme aus dem Phasenportal nicht wieder raus ja das ist schlecht ja ja aber ne warten wir es ab oder wie? ist vielleicht hängen geblieben ne? weiß nicht mal gucken ja ah ich bin doch wieder raus gekommen okay gut dann würde ich sagen machen wir erst hier Pause wieder? ich weiß nicht ob wir hier Pause machen können ob wir dann wieder doch nicht zurück kommen okay und mal gucken ob wir das hier schnell beenden können was müssen wir denn machen hier? ah das ist hier das ist gar nicht so allzu schwer du läufst hier drüber und dann erscheinen die Wege okay ja ich laufe rechts nach und du sollst es vielleicht wir sollten mit uns trennen wir müssen ja gar nicht an der Seite kommen ok hier ist es besser Gegner sind da glaube ich nicht sind da glaube ich kaum mehr ja ich bin gleich drüben ja ganz gefunden und jetzt müssen wir hier glaube ich etwas kämpfen hier müssen wir noch kämpfen hier ist keiner zum kämpfen ne hier müssen wir weiter oder? ah da geht es weiter genau ah geh du wieder oben lang hier geht es nicht weiter hier ist kein Weg hast du einen Ausgang? ne aber hier ist ein Pfann ein paar Gegner bekommen aber es ist nicht allzu schlimm hier geht es auch nicht weiter hier sind irgendwelche kleinen Skelette die denken wir müssten hier ein bisschen Wind machen ja ich glaube ich komme vielleicht drüber weiß ich nicht ja könnte vielleicht gehen ich bin schon ziemlich weit fortgeschritten ne doch nicht oder doch ich bin hier und da liegt schon was geheimnisvoller Edelstein hab ich ok ich versuche mal zu dir zu kommen ja da war ein ne ja wenn du hier runter gehst geh dann mal runter dann kommst du auf die Insel da vielleicht liegt für dich da ja auch noch was hier ist Ende so geht hier nicht weiter war nur der Weg zu der Insel wir müssen noch zurück zu welcher Insel? ja wo bist du jetzt? ja hier liegt nichts da war nichts mehr ok dann habe ich nur den Edelstein gefunden ganz schön kompliziert hier so ja hier gehts lang weiter doch bin mal den langen Weg nicht gewohnt zu nehmen ok hier gehts nicht weiter hier gehts aber weiter glaube ich ja wo wir hoffen ne ich habe ja einen Piepvogel der könnte ja auch rüberfliegen ne und sagen wo es lang geht ja ich glaube den soll es lieber kämpfen und jetzt sind wir wieder zurück oder was? oh jetzt jetzt kommt hier die Kampflast oh jetzt geht die Part die sind aber eklig die haben grünes Blut bei mir haben sie auch geboten sobald ich ihn getötet habe echt? gut hier ist nix da ist ein roter äh ein Feuertruch ach hier gehts weiter na super ja ich glaube da unten geht der Weg auch lang ne ich glaube ich habe ihn gefunden echt? ja ja hier ist ne Sackgasse ich habe jetzt auch gedacht man könnte ins Wasser fallen aber selbst das geht noch nicht man ne ne oh hier liegt ein Edelstand und nehme ich jetzt ok wo gehts lang zwei habe ich noch tot gemacht hm hier muss man lang findest du einen Weg? ich bin schon da ja du musst hier rum hier hier ganz unten lang ja ich finde noch keinen Weg dahin ja ist ja super ha oh da sind welche ich bin auch nicht mehr ich bin auch nicht mehr wenn der falschen Weg läuft ja irgendwie gehts hier doch nicht lang oder was ich weiß nicht wie ich ihn gekommen bin hier ich habe den Weg glaube ich hier kommst du hin oder? ja hier lang ok da haben wir falsch abgebogen ne? ja 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 super da liegt wieder ein Edelstein für mich da liegt wieder ein Edelstein für mich falsch mal hier nicht lang hier oben ok und dann hier über die Holzbrücke oder was? geheimnis voller Sockel geheimnis voller Sockel Edelstein benötigt du hast da einen ich habe Edelstein ja oh mal so viel Gold ich glaube dafür müssen wir gleich aber nochmal mit einem krassen Gegner wir müssen alle drei so gut betätigen ja ich habe nur ein Edelstein aber wie kommt man jetzt zu dem einen Edelstein mein Inventar ist voll mein Inventar ist voll ja super mein Gepäck ist voll ich glaube ich habe den Weg das ist aber doof wenn das Gepäck schon voll ist kann sein Begleiter nach Hause schicken ich schmeiße erstmal so blöde Sachen weg und nehme nur noch Grüne demnächst mit mein Gepäck ist voll vielleicht auch eine Maßnahme das andere ist doch sowieso alles nur Ballast oder? mein Gepäck ist voll mein Gepäck ist voll aber wo soll man denn da hinkommen? oh Gott so da ist wieder so ein Portal ne zur Oberfläche steht da mhm hier ist ein Stich der geht aber nicht gehts da hoch? nö wir müssten diese Edelstein entkriegen dann muss ich erstmal hier weg wo ist denn hier der Weg da ja einen habe ich ja schon gefunden ne ja einen habe ich auch jetzt hier bei einem bin ich schon knapp vorbei hier geheimnisvoller Edelstein steht da genau aber da kommt man nicht hin so ja stimmt hier unten ist der Weg irgendwie so schön ne tja irgendwie tut sich noch kein Weg auf hier ist Aussackgasse tja auch schön hier hinten lang ja jetzt bin ich hier aber ich weiß nicht ob das so richtig oder falsch ist ich glaube hier müssen wir wieder hier waren wir schon oder? aber hier gibt es glaube ich links lang ja hier gibt es auch noch einen aber da sind wir glaube ich hergekommen ja vielleicht gibt es ja auch einen Weg jetzt nach unten nicht wirklich ne ich weiß nicht aber man kann doch oh hier ist noch einer hier geht es auch weiter hier geht es auch weiter ich glaube da wo du nachgehst ist richtig ich weiß nicht ob hier richtig und falsch gibt wir müssen eigentlich nur zu der Edelstein kommen na dieser Weg geht ja wohin aber naja hier ist der Edelstein aber hier gibt es noch eine Brücke die ich vielleicht nicht gesehen habe vorher nach hier links geht es weiter ok warte mal hier ist noch eine Insel aber auf der Insel sind wir vielleicht hergekommen ne könnte wohl sein ja ich glaube ich bin jetzt wieder am Anfang wo ich glaube ich habe aber jetzt den Weg ja das könnte sein ja abhin so ja ich habe hier schon alles aber dann wieder zurück jetzt wollen wir zu den haben wir jetzt drei Edelsteine denn da oder wir brauchen wir da wie viel hat hast du einen Moment einer Bichner oder hast du den schon benutzt ich sehe jetzt hier nicht unbedingt einen Edelstein der da noch das ist glaube ich Quest Gegenstand kannst du gar nicht sehen könnte sein ne ähh Fähigkeiten Quests aber da sehe ich auch nichts egal ich gehe jetzt hier wieder zurück nein nicht erbrechen so so und ja wollen wir mal gucken dass wir da wieder hinfinden ah warte mal rechts oben steht bei mir gefunden ein Stein also ein Stein rechts oben gefunden einen habe ich auch ja brauchen wir zwei oder drei vielleicht habe ich aber schon einen eingelöst ich weiß es nicht ich glaube ich habe mal einen nicht eingelöst gefällt kann man im Spiel auch diesen scheiß ein Stein zu machen aha ein Stein mhm ah hier kann man schon mal Sackgasse oder ja wir müssen hier glaubend lang ja sieht relativ richtig aus das ist der andere weg ist tja und hier muss das dann irgendwo lang hin ja herrlich ne ja jetzt noch einmal ab da heute eine längere Folge heute ist eine längere Folge heute ist eine längere Folge okay hier kamen wir auch etwas später ja alles klar ich habe gleich den richtigen Weg gefunden mein Frettchen noch nicht aber es hat sich rübergebackt äh ne körper geht zurück ich musste hier nochmal abbiegen okay mit was für umwegen man auch zu diesem scheiß ja das ist super hast du schon gefunden oder was ja ich glaube jetzt habe ich es nein jetzt ist der Kasse noch viel lang hab's hast du es? sicher? Hede Steinmann den hast du da jetzt aber glaube ich da ich glaube ich bin da oder hier lang was muss ich machen da drauf klicken äh wo bist du? ach da Hede Stein benötigt in der Mitte drauf klicken hast du gemacht? ja da drauf klicken tu ich aber passiert nichts oh dann brauchen wir noch einen einzigen super wo ist der? aber ich glaube wir beenden dann auch die Folge ja zur Oberfläche? nein 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 hierbleiben und nicht aus dem Spiel rausgehen am besten okay ja dann würde ich erstmal sagen was ist das mit dieser Folge und anschluss in der nächsten danke fürs Zuschauen und auch wieder mit dabei seid bis dann bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.